mollet zurück bei battlefield 1 mit der map bruslov bergfried bergfestung gespannt was hier abgeht ich nehme erst mal jetzt versorgung in der versorgung so schön starten hier so sieht sich schon immer aus ist natürlich schneemäßig weil ist ja das dlc für eins nehmen muss ich mal noch mal irgendwie fertig nehmen sollen ist ein bisschen weit weg das sieht schon mal schön aus den berg und so das sieht auch aus ich genieße die map hier noch mal kurz vielleicht wird es unangenehm hier vielleicht wird es hier nur noch so vom blei regnen hier hier munition 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 Hilfe! Hilfe! Mann, sie sind ja wieder schnell, ey. Schmeckt mir ja schon wieder, ne? Ach, schade. Naja, sah gar nicht so schlecht aus. Aber, wie gesagt, mein Team ist gerade nicht so gut anscheinend. Das ist immer wieder klar. Aber da kann ich auch nichts ändern. Oh, siehts aus wie der Frontkrieg hier. Und, äh, ja leider. Bin ich gerade viel am reißen hier, Leute. So, sollen wir Befehle geben, der Nuckel? Ah, hat er schon versucht. Ah, sehe ich jetzt noch mal. Los, Leute. Geht doch, also zu C. Squad, los, los, los. Oh, shit. Fuck, fuck, fuck. Alter, wir haben nur D eingenommen, mehr haben wir nicht. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig blöd. Hm, da kommen wir mal mit Pferdchen an. Schauen wir mal, was das so weiß. Attacke. Äh, schade. Zwei Kills gemacht? Oder wie viel hab ich gemacht? Weiß ich nicht genau. Ah, gleich wieder gut. So, ich muss mal kurz irgendwas in den Grafik einstellen und gucken. Mir fällt nämlich gerade was ein und auf. Ähm. Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, dann ist das Geruckel weg. Oder auch nicht. Mal abwarten. Mal abwarten. Gut. Mal gucken, ob das Spiel jetzt ein bisschen besser läuft. Die ganze Zeit Rücklaufprobleme. Mal gucken. Sorry, wie gesagt, nochmal dafür, aber. Ja, sind dann auch Zeiger, ey. Randlos. Wenn das nicht mehr funktioniert. Windows 10. Aber wo läufts jetzt besser? Schöner. Oder täuscht du das? Egal, egal, ich mach's ruhig weiter. Oh, schade. Schade aber auch. Ja, werden Klickte hier versagen. Aber es ist, wie gesagt, nur wieder die Präsentation der Map. Aber ich bin auch mal gespannt, ob hier irgendwann ein Behemoth kommt. Shit. Shit. Naja, jetzt muss einer mitgenommen... Oh, der steht ja schon wieder. Was soll das? Betrug, glaub ich, hab ich gehört. Jetzt nehmt mal was ein hier, Leute. Ist mir sonst so blöd. Komm, nicht da drauf gehen, unter Beschuss. Ja, lass mich da starten. Ich will nicht so lange laufen. Hier, Munition für dich! So, jetzt mach ich mal was anderes hier. Knall dir mal ein paar Mörser-Schüsse rein. Sagen wir mal ein paar Leute markieren hier. Oh, da hinten sind drei Leute! Wer war das denn jetzt schon? Jo, von hinten, wie kommt ihr da denn hin? Gut, haben sie uns zumindest weggemacht, ey. So ein Geschieter, das geht ja gar nicht. So, jetzt haben wir doch mal was wieder geholt. So, jetzt haben wir mal Pferdchen. Oh, da reicht ja auch noch mal zu behen. Los, los! Los, auf die Höhe! Los, los, los! Ja, das ist ja gar nicht so schwer. Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Los, los! schade 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 und das noch einen mitgenommen aber wir verlieren schon wieder c loo was los bei euch ja gut ich bin auch nicht so gut wie gesagt kein programmer aber wie man sieht es ist doch bescheiden macht auch gar keinen spaß jetzt verliert aber gut erst mal auf die maps klarkommen und so rückle 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 okay also ab und zu verstehe das pferd nicht wenn man es richtig extrem langsam hast du was damit zu tun dass das pferd schaden kriegt oder so keine ahnung aber das mega anstrengend dann dann kannst du auf einmal nicht mehr richtig laufen 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 dann hängst du irgendwo feste grandiose niederlage das pferd schaden das war das ja ja okay das geht nicht gut zu tun natürlich ist Hallo? Hat jemand Munition bestellt? Hat jemand Munition? Die liegen hier auf den Tankliegen, ne? Die hat die Bürste, ey. Nein, wird knopfgedrückt! Ah, was gehst du denn in den scheiß Mörder so gut? Wut? Ja, knopfgedrücken ist auch so ne Schwierigkeit. Naja gut, aber ist ja eh nix zu reißen, Alter. Das ist ja unglaublich kacke grad. Na egal, da kann man halt noch ein paar Punkte mitnehmen, rumheulen und fertig. Alles andere Wurstkram. Ist da oben ein Regner der noch schießt oder was? Ja, passt davon. Halbzeit, der Feind hat die Oberhange. Boah, hab ich verarscht da. Hehehe, hab ich schon gesprengt mit Dynamit. Ja toll, danke dir. Ja, ich hab auch gesehen, dass was rotes auf der Map ist, aber... Nö, da geh ich nicht drauf. Ich bleib eisern. Und schieß weiter Mörsergranaten. Ich kann grad da nichts anderes machen als zu Mörsern oder so. Ich kann grad mein Mörser-Dings nicht angehen, oder? Ja, ich hab probiert. Achso, weil... Ach, das ist dann geblockt, wenn zu viele Mörser auf dem Spielfeld sind oder was? Boah. Unser Panzerzug ist unter D. Panzerzug, ey. Penne. Boah. 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 Alles auf mich, ey. Canna-Adress-Raport-Zug. freche Munition. Feindliche Sperre gesichtet! Hier, freche Munition! Feindliche Sperre gesichtet. Hier, freche Munition! Oh oh. Boah! Freche Munition. Oh nein! Oh! Unser Panzerzug ist eingetroffen. Ja, Panzerzug, wo bist du? Ich will dich sehen. Haben. Spielen. Drauf hoch. Fahren. Ich fahr den. Okay. Können wir auch mal fahren? Ich fahr den. Ich fahr den. Ich fahr den. Können wir noch mal bisschen zielsicherer werden. Oh. Leute markieren wir noch ein bisschen was? Genau das. Ich spiel den. Ok, da war irgendwo einer. Ah, jetzt sieht das. Oh, ist alles voll. Oh, ist alles voll. Ja, ich bin gerade immer noch herfahren, wie blöd. Mal auch ein bisschen rumschießen, aber mir kann ich noch mehr dran sagen. Wir haben Einsatzzieher Cäsar erobert. Der trifft genau, komm, komm, komm. Hui, ok. Oh, okay. Okay. Oh. Okay. 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 So, der singt ja hier, Brühe. Nee, ne? Sehen wir es nahe, Brühe. Ah, shit. So, Leute, die Markierungen. Ist das nix. So ein Reichweil habe ich auch nicht, schade. Boah. Ah, müsste ich wieder am anders. Mann. Ja gut, die ganz genau fliegen die gerade anhanden, natürlich auch nicht. Jetzt ist der alle hier abgeschossen worden. Toll. Ein Kill gemacht. Ey, super. Vielleicht sind sie ja mal raus, ey. Da war irgendwo einer. Oh, nein, jetzt sind sie kaputt geschossen. Nein, nicht da vorne. Oh, shit. Das ist gerade schnell ein bisschen langweilig. Aber, das ist die Melf. Yeah, man. Oh, shit. Oh, shit. Da gleich bin ich, gehe ich drauf, aber ist mir gerade egal. Okay, ich steig raus. Schüsszug. Ja, es ist mir gute Dienste erwiesen, aber leider ist feierabend jetzt. Hä, 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 hä. Mehr Munition. Achsel. Hier, Munition. Hat jemand Munition bestellt? Danke, keiner. Erstmal ausruhen, chillen. Sturmsoldat in Sichtweite! Was haben die? Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Boah, jetzt weiß ich wo ich bin, kommt gut. Ich will gerade einen Lose reinstellen, scheiße. Shit! Na gut, gleich ist vorbei, gleich ist wieder verloren. Haben ein paar Punkte gemacht. Nicht gerade spannend wieder, aber nö. Ist halt so. Können nie ändern. So ist das Battlefield-Spiel. Man kann es lieben oder auch nicht. Danger, alle in dem Ding drin, ey. Wir haben Einsatzziel, David, hallo. So. Aha, aha. Oh, keine Munition. Was haben wir verloren? David und Logo. Die haben wir verloren. Das ist ja richtig blöd, ey. Wie geht das denn? Wie geht das denn, Leute? Was ist hier Logo? Wir gehen voll unter. Wieso haben wir eigentlich keinen Tanks? Wo sind die eigentlich alle? Naja. Was? Nein. Pferdchen. Nein. Pferdchen. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ja, ja, ja. Amts aus. Hoffnungslos. Verloren. Oh, noch ein paar Punkte gemacht. Kodex erhalten. Na gut. Shit. Haben sie mich noch bemerkt, dass sie von hinten kamen. Na ja. Gut. Hier. Munition. Äh, lass mich drüber. Oh, da kommen sie alle. Boah, zack. Tot. Okay. Ich salutiere. Wieder Niederlage. Aber das war die Map. Mit BMOS. Und jetzt, ja. Gucken wir uns die Punkte an. Und dann war es das erstmal wieder. Also die Map, die geht eigentlich ganz okay. Also besser als Galicien. Also bis jetzt fand ich Volga gut. Albion gut. Und die hier. Aber, ja. Aber, ja. Galicien fand ich nicht so geil. Obwohl man gut snipern kann, wie gesagt. Und man kann gut da Überblick haben. Und damit auch nicht helfen. Aber, naja. Habe ich noch nicht so überzeugt. Und Schneewebs mag ich allgemein eigentlich nicht so. Aber, kann ja nie ändern. So. Nichts freigeschaltet. Schade. So siehts aus. Ah, 2015 ist ja okay. Wie gesagt, war lange am Zug drinne. Danke fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.